Leute, ich habe einen Silberfisch gefunden und den fange ich jetzt. Und den packe ich jetzt zu meinen Ameisen. Mal sehen, was sie mit denen machen. So, rein mit dir. So, guckt mal, da oben ist auch die Königin und die ganzen Babys. Und die Larven, seht ihr? Dort ist jetzt der Silberfisch. Jetzt habe ich hier einen Zeitraffer angemacht. Mal gucken, was die jetzt mit dem Silberfisch so machen. Wenn dich das interessiert, was mit dem Silberfisch bis heute Abend passiert, ich lasse den Zeitraffer jetzt den ganzen Tag laufen. Dann mache ich das Plus weg. Sobald der Zeitraffer fertig ist, lade ich ihn direkt hoch.